Ah, wenn du was isst, kriegst du Survival-Punkte, um Survival dann zu... Ah, okay. Aha. Ich hab übrigens mein ganzes Wasser weggetrunken. Da gibt's Wasser hier, krass. Hier kannst du vielleicht auch die Wasser... Ich halte die Wasserflasche weg, oder kannst du die hier wieder auffüllen. Wenn ich sie leer trinke? Ja. Lass Mackie testen, der hat sie leer getrunken. Hast du die Flaschen noch, oder sind die weg? Ich glaub, die sind weg, gell? Aber du kannst doch direkt an dem Wasser-Ding trinken. Ja, du kannst ja auch direkt trinken. Ah, lol. Drink. Ich muss dir dann bald wieder was essen. Hast du Fleisch? Ich kann dir ein Fleisch abgeben. Da vorne ist ne Ratte. Ich hab Fleisch, aber das muss ich nicht eigentlich noch beraten. Da vorne ist ne Ratte. Gibt's Mackie, der kann's doch so essen. Der hat scheiße essen gespielt. Ach, Ubi, ich hab ne 20-prozentige Chance, dass Container die... Was? Die du was? Dass Container, die ich loote, nicht verschwinden. Und dass du sie nochmal looten kannst, oder was? Oder dass wir sie looten können. Ne, ich? Ja, klar. Ey, hattet auch schon schon den Dingens gespielt, den Perk-Point. Was musst du jetzt machen? Einen vom Anfang hab ich schon gespielt, ja. Ja, aber ich hab keinen Perk-Point. Oh, doch. Ja, Jörg, du hast jetzt dieses Quest schon, dann können wir das schon kurz machen. Warte mal, ich will auch gerade kurz zuweilen, unter dem Spotmanship, Metabolism, Looting du ich glaub ich, äh. Looting ist meins Finger, ey. Mackie, kommsch mit. Ich bin der Loot, voll. Oder, wie sieht's aus? So, wir laufen hinten hin. Ja. Weißt du wirklich schon, wo wir hin müssen, oder? Die Batterien haben wir, das Gerät haben wir, okay. Haben wir's automatisch, wir inventar. Das ist ein Rat-Tipp. Ja, Uwe, dann musst du zu mir kommen. Wir müssen ja hier bei dem Typ... Ne, ich bin doch frisch alles. Ich bin ganz frisch. Ich bin auf den Stand wie die anderen, genau. Wir haben noch nichts hier gemacht, außer das... Wir gehen jetzt zu dem Anomalien-Ding da, das Artefakt holen. Ja, das hab ich doch alles schon. Ja, sag ich ja. Ja, und jetzt? Was such ich jetzt von mir? Du hast doch grad gesagt, ich muss zu dir kommen. Nein. Was? Ich dachte, du hast gesagt, dass du kommen musst, dass wir die Quest hier weiter machen mit diesem Artefakt-Dedance. Ne. Ja, das musst du jetzt machen, oder was? Was? Du musst jetzt dieses Artefakt daraus holen. In einem Tunnel, ja. Ja gut, aber dann bist du fast so weit. Ja, wir haben noch nichts anderes gemacht. Wir müssen dann danach zu dem Rennen, wo du stehst, glaube ich. Und das haben wir halt falsch rum gemacht. Und dann irgendwann sind wir auf dem Stand, wie du. Also da ist jetzt so eine Anomalie. Wir müssen jetzt... Nehmt auf jeden Fall mal so eine radioaktive Pille. Ich glaube, die nimmt man vorher schon dann. Die Anti-Red. Ja, ich denke mal. Ja, stimmen Sie mal. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die FOV die richtige wäre oder die Anti-Red. Ich habe jetzt die Anti-Red genommen, die hält halt nicht so lange. Boah, warte mal, die ist nur 35 Sekunden. Nehm mal so eine mit von drei. Drei von drei, nehm mal da eine. Weil ich glaube, die hält länger. Weil die andere ist nur 30 Sekunden. Die auch. Nice, okay. Jetzt den MGD. Chargen. Wie geht das? Ne, Equip erst. Equip machen. Ja. Und dann, ähm, Charge. Gadget ist fully charged, also Rechtsklick. Du hast es bei U dann drin. Ah ja. Und jetzt macht ihr das quasi Turn-On. Und jetzt gehst du so nah an die Anomalie, bis der Punkt in diesem inneren, kleineren Kreis ist. Also so nah wie ich ungefähr. Und dann drückt ihr F und dann müsst ihr das machen, was in dieser Reihenfolge unten kommt. Also links, rechts, oben, unten. Und Zahlen können kommen. F, die können ja kein F drücken. Ja, geht bei mir auch nicht. Nichts, da bin ich raus. Du musst so relativ nah, dann, also das Ding aktivieren, dann näher hin. Ja, wie ich reaktiviere ich das? Ah, so. Einmal raus und dann F. Ah. Du musst aber 25, dass du hier schon einschalten wirst. Durch den Inventar, Rechtsklick, das Ding einschalten. Ja, Turn-On, ja. Dann kommt es. Musst du die vier mit dem Num-Pad drücken, dann? Ja, ja. Und Pfeiltasten können auch kommen. Ah, Using. Ah, okay. Wo steht das, was du machst? Um, 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 um. Um, 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 um. Das ist richtig behindert. Dafür bin ich fast tot, ey. Ja, du musst vielleicht radioaktive Pillen nehmen. Hast du oben Verstrahlung? Zu rot. Oh ja. Dann musst du eine Anti-Radpillen nehmen. Geht's bei dir, Maki? Irgendwie net. Geh nochmal raus. Dann mach nochmal U, nochmal Turn-On. Und dann geh nochmal hin und dann auf das klicken, also drauf gehen. Du musst auch, darfst nicht im Inventar sein, also deine Maus darf nicht da sein, sondern du musst dein Gesicht bewegen. Weißt du, was ich mein? Ja. Und dann auf das Teil drauf, wenn du nah genug dran bist, und F. Und dann geht der Pfeil nach links unten und dann zeigt er dir unten an, nacheinander, was du drücken musst. Pfeiltasten oder NumLock. Ich kann ja mit F gar nicht machen bei dem Ding. Du hast du Inventarfenster geschlossen. Ah, Alter. Ja, genau. Und jetzt musst du achten. Ich muss mir hier mal ein Feuer machen. Und, äh, was kommt bei dir jetzt oder was geht oder was geht nicht? Probier es jetzt dann. Okay. Du bist nah genug dran. Du musst, da musst du nicht näher. Ja, aber wenn ich eins drücke, dann kommt falls. Geh mal zurück. Ein NumPad eins, ne? Ja, hab ich. Aber zeig dir dir auch eine Eins an. Ja. Hast du schon NumLock aktiviert vielleicht, dass es nicht geht? Du gehst immer zu nahe hin, dann kriegst du immer Damage. Der Punkt von dem, äh, Artefakt, du musst nur ganz leicht in dem, äh, Viereck drin sein, in dem mittleren. All wieder falsch. Das gibt's nicht. Du musst aber auch genau, wenn es drüber ist, ne? Ah. You cannot create a campfire in a safe area. Was isch, was isch, wo die safe area vorbei ist? Alter. Was isch, Magi? Ah, jetzt. Ah, okay. Jetzt ging's. Moment. Okay. Hast's. Ja, Alter. Ja, Alter, was meinst du, wie wir da lang rumgemacht haben? Dass wir das gerafft haben. Ach so, ne, diese Dreier-Tablette, die hebt immer 30 Sekunden und dann geht ein Punkt oben weg von dem radioaktiven Schutz. Also, die hebt übel lang. Und wir haben einen Crusher, der lootet uns nachher die AKs von den Ratten. Das war mal, was? Da war es. Was hat was? Bist du? Was ist das für jemanden? Oder was? Hier, ich dropp den Fleisch. Haben die Quest abgeschlossen oder müssen wir mit dem schwach Machen? Ich glaube, wir müssen mit dem das Artifakt jetzt geben. Ja, dann kriegt ihr das Ding, womit wir ins Dorf müssen. Danke, Freight, Need Eat Krasja, du musst dich nachher ans Feuer setzen, wie du dein Leben wieder dazu kriegst Ist das zweite übrigens Guten Ja Was haben wir jetzt von dem gekriegt? Batterien haben wir noch Die Tabletten können wir behalten, oder was? Wahrscheinlich Trinken hier nochmal, nicht vergessen Jetzt haben wir kein Item bekommen, ne? Von ihm Wir haben wahrscheinlich einen Gefallen bekommen Der muss uns ja nachher in die Stadt fahren mit seinem scheiß Cat Car Okay